Hey honey, I think this is all going to work out. What are you? Das kannst du ja mal vergessen, Kollege. Du hast den Kopf deiner Tochter mitgebracht, du verdammter Bastard. Ich liebe dich so sehen. Ich vermisse deinen Schreien, honey. Ich vermisse dich so sehr, Tess. Du magst auch Clementine sehr, aber sie ist nicht Lizzy, aber sie ist süß. Sie würde sie nicht helfen, wenn sie fliehen. Penner! Verpiss dich! Affe, Alter. Giss es. Gib ihm! Den machen wir jetzt platt. Du kanker Bastard, du denkst, Clem ist bei dir sicher. Du denkst, Clem ist bei dir sicher. Leck mich. Arschloch. Du mieses Arschloch. Er, er könnte wieder zurückkommen. Es ist okay, Sweet Pea. Wir gehen. Gut. Nee. Schießen tun wir den nicht. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Er hat nicht verdient, in Frieden da zu wohnen. Ich bin so. Nein. Ich bin ein Wander. Was kommt? Ich bin so dumme. Ich bin so dumme. Ich bin so dumme. Er hat dich verletzt? Nein, nicht wirklich. Entschuldigung, Lee. Clem, es ist okay. Wir müssen dich in einander. Und dann müssen wir sprechen, okay? Ja. Alles ist okay, jetzt. Wir müssen herausfinden, wie wir aus der Savannahen so schnell wie wir können. Ich bin sehr froh, dass du das gesehen hast. Er wird dich tönt. Es wird dich. Ja. Ich bin sehr froh, dass du das gesehen hast. Er wird dich töten. Es wird dich. Ja. Wir haben nicht mal seinen Namen gewusst. Ich dachte, wir könnten es wenigstens mal kurz für Clementine waschen. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Ich weiß es nämlich, Leute. Wir wissen es alle, oder? Na, auf geht's. Was zum... Das ist nicht Ben, oder? Wer zum Teil ist das? Ja. Ich weiß es. Müsst du... Du bist in all dieser grossen Sachen. Ich musste durch ein paar von ihnen, um hier zu kommen. Das ist so, wie wir aus der Savannahen rauskommen. Du möchtest deinen Nacken knacken. Du möchtest deinen Nacken knacken. Bitte. Das willst du nicht sehen. Oh nein. Äh, nicht nur das. Dreh dich bitte um. Bitte. Schöpfen. Oh. Oh, wie geht's? Oh, wie geht's? Oh, wie geht's? Ja bitte. Das tut mir so leid. Nicht schnell genug. Alles klar? Ich will sicher sein. Da, das sollte das machen. Ich hoffe, das ist so. Und du wirst etwas missen. Ich dachte, es war weg. Ich dachte, du warst weg. Danke. Bleib gleich neben mir. Geh sehr langsam. Schau nicht um. Und keine Panik. Ich werde dich sicher halten. Und uns haben wir nicht nur mit irgendwas reingeschmiert oder was. Na dann, Leute. Bewegen wir uns doch mal. Oh Gott. Lass mich raten, das ist ihre Mom. Oh fuck, ey. Wir sind auch bald... Fuck. Was war das denn gerade? Lee, warte. Bitte nicht tot. Bitte nicht. Lee. Ich war so Angst. Ich dachte, du hast mich verlassen. Ich... Ich... Ich sah meine Eltern. Ich weiß. Ich weiß nicht. Sie kamen nicht zu dir, richtig? Nein. Wir sind weg. Sie sind sicher tot. Sie sind tot. Es tut mir so leid, Kleiner. Clementine. Wir müssen hier raus raus. Wie schnell wie wir können. Wir können nicht. Es gibt Tausende von ihnen draußen. Wir müssen. Ich werde dich schützen. Wir werden sie weg. Nein, nein. Das ist verrückt. Ich habe dich geholfen. Wir sind sicher hier. Ich habe uns geholfen. Geh die Tür öffnen. Ich kann es nicht. Mach es nicht. Mach es! Es war nur ein bisschen öffnet, als ich es gefunden habe. Ich habe es geschlossen, um uns sicher zu halten. 4, 3... 1... 2... 3... 3 4... 6... 4... LeOK... 5... Noch nicht. 6... 7... 11. 7. 10. 7... 9. 11. 11. 11. 11. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. There's no time to be upset. Okay. I'll try not to be. Clementine. Oh god, Leidea. I... I think there might be a way out over there. Good, good girl. Let's go. Might be a little slow. I'll help you. Thank you, Clementine. We have to make him loose. Oh god, oh god, oh god. I got you. You can lean on me. You have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Oh, you did, honey. It's awful out there. But they wanted to shoot me up. It was hard. I don't know how you did. But you did good. Okay? Keep going. We're almost there. We're almost there. Get up, Leigh. The door is right here. I can't. You have to... Damn, I can't move. This is all for me here. Please, please try to get up. Come, Leigh, come. 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 Steh ich nicht so an. Für Clementine, come schon. Come. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You need to get out of here as soon as you can. I... I can't leave you. Just work on getting out, okay? We'll figure it all out. Don't worry. That's not a heater. Oh, god. There's a baseball bat under the counter clamp. You can use that. You can use that. I'll get you in there. Don't worry. You're doing good. You're doing good. You need the bat to shut down that window. So you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Watch out for broken glass. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He is it. You're smarter than all of them. Alright. And don't be scared of the walker. I'll be fine. Grab the chair, Clint. Use it to reach into the lock. Then... Open it. He's... He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Yeah, I'll shine down. Go ahead and come. It's on the ground. Get them. Okay, Nick. Okay. Yeah. 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 Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? I don't know what happens. You're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't... I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. You only have to deal with it now. He's trapped over there. Be careful. You can get what you need from him. The keys. And then the gun. Just access. The keys and the gun. Just aren't you afraid? If anything gets dangerous, You're faster than he is. What should I get first? Get the gun, Clem. Always the gun. Get him. Get him. Run, Clem. Get him. Get him. Watch out. Au. Oh, Gott. Komm. Get the gun. Los, hol dir den. Jawoll. Nochmal. 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 Gib ihm. Gib ihm. Sehr gut. I did it. I got him. Great, Clem. Good job. Fuck, loser. Hey. You're strong, Clem. You... You can do anything. But... I'm little. Doesn't mean nothing. You're gonna see bad stuff, but... It's okay. My parents... It's so horrible. I... I can't imagine, sweet pea. And now... You... Please... Please don't be one of them. Please don't become a walker. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Oh Gott. All she wanted was to not come back as a walker. Lee? And I remember how hard it was to do that, but I'm glad I did. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I-I can. Fine, Tomita and Krista. They're outside of town, by the train. Lee, you remember how to get back there? Yes. Oh, Leute. They're going to get back there. They'll take good care of you. And Clem. And always keep moving. You're going to want to find some place like the motor here, but that's just not safe. Why not? Those places are just targets. Move. As much as you can. And also... We don't really die right now, right? What? What is it? No, don't worry. Alright. I'll miss you. Me too. Me too. ... Oh, neta! Musik 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 Oh, 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 oh. Sorry Leute, aber es geht mir gerade echt ein bisschen nah. Okay, Auswertung vom letzten Kapitel. Nies Arm entfernt. Wir und 71% der Spieler haben es getan. Die Beherrschung verloren. Wir und 25% der Spieler sind ruhig mit Kenny geblieben und haben es ausdiskutiert. Waffen aufgegeben. Du und 59% der Spieler haben nach etwas gegriffen. Clementine sind Führer getötet. Du und 42% der Spieler haben den Fremden getötet. Wie kann man den denn bitteschön nicht töten? Wahrscheinlich, wenn man nicht so doll Q drückt, wahr? Wahrscheinlich haben es die anderen einfach nicht hingekriegt. Lees Wandlung hat stoppt. Du und 63% der Spieler entschieden sich, Lee nicht wandeln zu lassen. Leute, super Spiel. Klasse Spiel. Ein Gedenken an, wa? Wir haben Kennys Sohn in der Drogerie verteidigt. Du hast seinen Sohn getötet, damit er es nicht tun musste. Er starb beim Versuch Ben zu retten. Verdammt. Ganze Familie ausklöscht, ey. Wir haben Molly im Hotel etwas zu essen gegeben. Wir haben Wasser für Duck gefunden, als er es brauche und sie erschoss sich nach dem Tote ihres Sohnes. Wir haben versucht, Larry wieder zu beleben und Larry starb im Kühlhaus der Malkerei. Lilly, wir waren auf ihrer Seite, als die Dinge verschwanden und Lee hat das Wohnmobil gestorben und wurde nie wieder gesehen. Wir haben Omid geholfen, auf den Zug zu kommen und er wurde nach der überdrehtung geschildert. Wir wurden getrennt. Die anderen kommen auch nach. Oh Gott. Du hast Ben des Diebstreis beschuldigt. Ey, Ben im Nachhinein tut mir so leid, auch wenn es halt so war. Ben stürzte in einer Gasse in Savannah wie ein Tod. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Reporterin ist. Oh Gott, das ist echt peinlich. Ihr haben wir auf jeden Fall unsere Vergangenheit angetraut und sie starb, als die Walker in der Drogerie angriffen. Krista. Wir haben sie an unserem bisher schlimmsten Tag kennengelernt. Wir haben ihr den Biss gezeigt. Wir haben ihr und Omid gesagt, sie sollen dich am Zug treffen. Ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt. Gott, ey. Er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Da du und, was, du, sein Leben auf Kosten eines Anderts gerettet. Ja, genau. Dafür haben wir die Zweite da im Bildjahr sterben lassen. Er wurde erschossen, als er versuchte, Ben zu schützen. Duck, in Melken hast du gesagt, er sei nicht gebissen worden. Er war bei der Lösung eines Rätsels dein Assistent. Du hast ihn erschossen, bevor er sich wandeln konnte. So Leute, das war's mit The Walking Dead. Vielen Dank, dass ihr bei dem Let's Play dabei wart. Meet me, where the snowmatch goes. It is there, my dear, where we'll end up again. Es ist unfassbar gut, muss man einfach sagen. Super Job. Das Spiel hat mich noch nie so berührt, wie das hier. Ich glaub, das schmeckt ihr auch. Wie gesagt, danke, dass ihr mit dabei wart, auf meinem langen Weg hier durch das Spiel, dass ihr meine Entscheidung ertragen habt. Wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Und im Nachhinein denkt man sich jetzt vielleicht, dass man die eine oder andere Entscheidung vielleicht anders getroffen hätte, aber... Ich weiß nicht, Leute. Egal. Ich lass den Abspann laufen, Leute. Noch mal, vielen Dank, dass ihr dabei wart, auf meinem langen Weg. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play, was auch immer das sein wird. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020